Egal wovon du träumst, welche Wünsche, welche Leidenschaften du hast, ohne die drei Fertigkeiten, die ich dir im Folgenden vorstellen werde, wirst du diese nicht erreichen können. Das garantiere ich dir. Deswegen pass jetzt im Folgenden auf und schau, ob du diese Fertigkeiten schon erlernt hast bzw. schon daran arbeitest. Fertigkeit Nummer 1, konkrete Zielsetzung. Wenn du nicht in der Lage bist, deine Träume, deine Wünsche, deine Begehrten, diese konkret zu formulieren, wirst du es nicht schaffen, Erfolg zu haben. Stell dir vor, du willst einen tollen Job. Du willst einen Job, in dem du anderen helfen kannst, in dem du einen positiven Einfluss hast und der Job, der macht auch noch Spaß und du verdienst wirklich gutes Geld. Jetzt ist es aber so, du hast dir das nie konkret aufgeschrieben. Dieses Bild ist super vage, du weißt gar nicht, in welche Richtung das gehen soll und als Resultat fehlt dir dann halt die notwendige Motivation und Disziplin, da hinterher zu sein. Wenn dir das konkrete Zielbild fehlt, schwurbelst du rum. Und schwurbelst du rum, bist du nicht in der Lage, diese Motivation und Disziplin aufzutreiben. Das Thema ist, viele Dinge, die wir begehren und Wünsche haben, sind nun mal recht knapp. Und solche tollen Jobs, wie ich jetzt gerade beschrieben habe, sind ebenfalls recht knapp. Viele Menschen wollen so einen tollen Job haben und all jene, die sich eben das konkrete Ziel gesetzt haben und die notwendige Motivation und Disziplin dann auch auftreiben können, ziehen dann an dir vorbei und bekommen dann den Job und du eben nicht. Deshalb setz dir konkret deine Wünsche, Träume, schreibe sie auf, konkret. Formuliere es und lerne, konkrete Ziele zu setzen. Fertigkeit Nummer zwei, Entscheidungen treffen. Das mag jetzt vielleicht blöd klingen, gebe ich zu, aber viele Menschen, ich würde sagen, der große Großteil der Menschen ist nicht in der Lage, eine Entscheidung zu treffen und hinter dieser Entscheidung dann auch tatsächlich zu stehen. Insbesondere bei großen Entscheidungen, schwierigen Entscheidungen. Und gerade das unterscheidet auch den Normalo von den besonders erfolgreichen Menschen in einem bestimmten Gebiet. Die Leute, die besonders erfolgreich sind, sind in der Lage, Entscheidungen zu treffen und diese Entscheidungen dann auch wirklich so lange zu verfolgen, bis sich eine bessere Alternative auftut. Jetzt stell dir mal vor, du entscheidest dich zwischen Medizin und Psychologie, dem Studiengang. Eigentlich ist das ja eine super einfache Geschichte. Du sagst entweder, okay, ich studiere Medizin, ich studiere Psychologie, ich studiere beides oder ich studiere nichts davon. Also wenn das möglich ist. Im Grunde ist das eine super einfache Sache, aber trotzdem tun wir uns mit solchen Dingen unglaublich schwer. Wir tun uns schwer, so eine Entscheidung zu treffen. Und das Thema ist, wir schieben das dann meistens unglaublich weit in die Zukunft voraus. Und das Problem an dieser Geschichte ist dann halt, dass das Vorausschieben dieser Sachen, das Prokrastinieren solcher wichtigen Entscheidungen, unglaublich Energie frisst. Man ist in der Zeit nicht so leistungsfähig, wie man ist, wenn man jetzt sich zu einer Sache committed hat. Man verschwendet unglaublich viel Zeit, Gedanken auf diese Entscheidung. Man überanalysiert die Sache. Man redet mit viel zu vielen Menschen. Oder man hat einfach den ganzen Tag schlechige Laune, weil man sich eben noch nicht entschieden hat und zu einer gewissen Sache committed hat. Deswegen lerne es, Entscheidungen zu treffen, sobald du dich da wohlfühlst mit. Und dann entscheide dich auch wirklich, schreib es auf. Und dann auf der anderen Seite, verfolge diese Entscheidung dann auch. Stehe hinter dieser Entscheidung. Und zwar so lange, bis du eine bessere Alternative gefunden hast. An dieser Stelle schreib mir doch mal bitte in die Kommentare, was sind für dich weitere Fertigkeiten, die für Erfolg super wichtig sind. Schreib das doch mal bitte in die Kommentare. Würde mich wirklich sehr freuen, das zu lesen. Fertigkeit Nummer 3, Hartnäckigkeit. Was den Erfolgreichen von dem Gescheiterten unterscheidet, ist, dass der Erfolgreiche es noch einmal mehr versucht hat. Hartnäckigkeit zeugt von dem Willen, es mindestens ein zweites Mal noch probiert zu haben. Egal was. Wenn es darum geht, sich zum Beispiel bei bestimmten Arbeitgebern zu bewerben, dass man es nochmal versucht, wenn man eine Absage bekommen hat. Wenn man bei Stipendien abgelehnt wurde, dass man es nochmal versucht, wenn man beispielsweise bei einer Kontaktanfrage, bei einer Netzwerkanfrage, bei einem Gefallen bei einer Person gescheitert ist, weil die Person gerade keine Zeit hatte oder weil sie dir einfach Nein gesagt hat, dass du es nochmal versuchst. Dass du nicht einfach aufgibst, dass du es mindestens noch ein zweites Mal versuchst. Und ja, das war es mal wieder vom heutigen Video. Bitte schreib mir in die Kommentare, welche Fertigkeiten sind für dich ebenfalls noch wichtig für Erfolg. Schreib mir das nochmal bitte in die Kommentare. Würde mich sehr freuen und damit bis zum nächsten Mal.